GroKo, ich geh mal eben kurz runter zu GroKo. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich gerade mit dem Loadout absolut nicht wohl. Boah, der ist in eine ganz andere Richtung. 165 geht der. Hast du das Pferd? Ja, ja. Geh mir hier rein und guck mal nach dem. Nach Kasse und Verbrauchsgütern, falls sowas da sein sollte. Keine Kasse da, keine Verbrauchsgüter, nur normale Munition. Draußen ist eine Hexe bei mir, hinter mir. In dem Bereich müsste sie sein. Hexen sind erledigt. Sehr schön. Und wir müssen schon wieder Richtung Fort Karmik, ne? Ja. Da ist aber ein Wagen, ist das schon mal gut. Oh Gott. Barben. ich habe man schlagen hören ja ja ich auch kann aber noch nicht ganz genau sagen von wo das hier war auch schon im fort drin direkt an meinem punkt sitze ja ja ich sehe sie aber nicht das jetzt mit dem wald drinnen ja aber ich sehe sie nicht problem ist ich kann nicht viel machen weil ich habe eine schrotze und doppelpistole die sitzt genau hier drinnen ich versuche mal rum zu gehen überall krähen hier ich gehe jetzt weg ich höre sie durch den regen nicht mehr ich habe auch einen erwischt angehittet die tussi die kommt bei mir die ist beim holz direkt vor mir noch einer noch einer oder ist ja aufgestanden ich habe sie zweimal geht ich weiß nicht ob sie tot ist er hat mir aber auch ich habe gesagt sind zwei noch im gebisch nehme ich auch noch ich sitze da vollkommen offen wie soll ich mich da zurückziehen ich sehe sie halt nicht mehr ich sitze auf deiner rechten seite im holz da gerade ein baum um mich gibt holz knackst so ein bisschen hier das ist da das holz von den wagen da sind noch zwei t1 handler das ist ein neues team ich sitze halt nicht vor dir direkt vor dir sitzt er ne rechts von dir da bei den Ast war der gerade ja wo hast du hingeschossen aufs bein das war nicht das bein das war guck doch mal in die in die 50 schaden 50 schaden 40 schaden am arm habe ich das letzte mal getroffen er hat 140 schaden gefressen deine taille habe ich erwischt zweimal dein glied habe ich weggeschossen dein verdammtes glied war nicht mehr da oh man ey 10 hp überlebt der freut sich ey dreimal aber das war wieder ein anderes team und mit Feuer da kannst du ja vergessen da fackeln ja gar nicht bei dem Regen ne dreimal habe ich den hintereinander erwischt der hätte normalerweise brennen müssen der hätte definitiv brennen müssen aber nicht im Feuer äh im Regen ja ja sage ich ja deswegen sage ich ja im Regen wird das nix du aber das war auch wieder ein ganz anderes team du bist mal ein schnell es wurden zwei Jäger getötet ja einen habe ich getötet im Busch im Busch im Busch ah wir haben den getradet das war ein Duo das war schon wieder ein komplett ich habe den letzten der was mich umgebracht hat da haben wir getradet das hast du anscheinend nicht gehört ach so ok ne habe ich nicht gehört weil du hast diesen Jäger getötet damit habe ich die ausgesetzt der hast du getradet ja ja das habe ich nicht gehört ne und das andere Team das ist schon wieder ein neuestes was dich getötet hat büge feindlichen Jäger und Schaden zu mit der Bingham Brush dann mach ich das mal Toll Bingham Brush das ist doch hier die das ist die Martini Reposte die neue der Skin den hast du bekommen ja 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 genau Lionet ist das eine hier oh da habe ich aber auch Feuer drin das ist gut dann nehme ich das mit rein hier die hat halt nur einen Schuss ne ein Schuss und wenn der nicht sitzt dieser eine Schuss dann werde ich wieder umfallen ja ich nehme auch mal meine Winnie Feuer mit rein ich lasse mich aber kurz bitte mal eine in Ruhe rauchen nein